Willi und Leuna Hebert 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 dann weiß ich, dass mir die Hauptfühle und ich habe auch gedacht, dass mir die Hauptfühle und ich komme in der Stadt im Zentrum. Ja, als du in der Stadt im Zentrum wirst, dann gibt es dein Sohn, dass deine Frau alleine im Zentrum kommt. Kannst du uns einmal kurz mitnehmen? Wo kommt es so weit, dass du dann im Zentrum kommst? Ja, ich bin nicht ganz zufrieden, dass mein Mann im Zentrum steht, im Zentrum. Ich bin nicht da, aber wir sind okay, aber ich war dann, dass ich heute eine halbe Jahre alt war, weil ich mich nicht so weit war. Und ich habe eine Frage, dass ich die Stadt, und ich habe auch gesagt, dass ich die Hauptfühle und ich bin. Und ich habe auch alle Zeit, dass ich nicht so weit war, dass ich mich im Zentrum, im Zentrum, im Zentrum kommenden zu bringen. Okay, so du wirst dort, die Mann wie in Kwak-Temok, und du sagst, dass ich nicht die Hauptfühle und du das dort fehlen darfst. Und du sagst, dass du vielleicht später sein, wenn du am Ritual wirst, und dann taubt das Licht im Leben, der ich gewohnt. Und wenn du fertig bist, dann kommst du in dem Zentrum. Brauchen sie das in dem Zentrum? Ja, die wurden dir in der Stadt gemerkt. Nein, wie soll ich das tun? Wo fällt es von dir, Eva? Hast du auch gehört? Eva kam, dass du dich auch gemerkt hast mit dir? Ja, man sagt, sie sei dankbar für mich, für mein Verhältnis, was du in der Stadt hast. Und für mich, dass Gott heisst, dass wir da sind, dass du da nicht gehst. Und dann kann ich mit dem Salz auch zu sein, nicht gehst. Das zu sein, nicht gehst. Ich habe viele, viele Schwere leben. Ich hoffe, wenn ich meine Salz nicht treffe. Ich hoffe, dass du jetzt schon mal in die Trinkerin gekommen bist, und dort wird die Ursache, wo sie sie dann nach dem Zentrum gebracht haben. Dass die dann erstlich noch etwas Thema gebracht haben. Kannst du mal mal mit dir sagen, woher du in die Trinkerin bist? Hast du das auch mit von TÜS, von Jugendjahren? Oder ja, kannst du mal mit dir sagen, was für das mit dir sagen? Ja, ich sage mal, ich bin ein paar Jahre alt. Ich glaube, dass ich am Sendag immer wiederbelebt habe, und ich war getrunken, ich war dran. Und so bleibt es, dass ich so zu Hause ging. Und ich dachte immer, ich habe alles gemerkt, ich habe alle meine Trubbeln, die ich durchgezogen habe, habe ich gemerkt. Und über Luther bleibt es, wo er bis zu kriegen, so ich lebe es, wo er bis zu kriegen. Also habe ich nicht den Heiligen Jesu gekriegt, und ich rufe immer wieder an die Trinkerin. Und dann wurde ich in das Zentrum gebracht. Und du kriegst mich zu sein, dass ich wieder drei Jahre alt bin. Und du kriegst mich zu sein, dass ich die Stippe verlor. Ich wollte Jesus annehmen, aus meinen Heiligen Scheraden. Und ich sagte, ich habe zwei Jahre alt, und ich hatte zwei Jahre alt, und ich hatte zwei Jahre alt, und ich kam klar. Und ich kam klar, wie ich sagte, ich ging danach nach einer Person im Frühjahr, die mir helfen konnte. Und heute kann ich mich aber nicht helfen. Ich hatte die Scheraden, der wird alles kennen. Und ich war auch Jesus in der Kraft. Ich sagte, ich kann meine Hand geben, und ich kann meine Hand geben, und ich kann meine Zünden. Und ich kann frei sein. Aber bei allmählich hatte ich dann, und ich hatte um Luther zwölf, und ich hatte ein Gebet sehr schwer, dass ich weggegeben wollte. wo ich bin. So in der Zeit, dass Gott mein Gebehr erhört hat, dass ich dann auch einen großen Kamino kann, wo meine Frühe war. Und ich habe viele Hauptgeschichte, ich habe viele Botschaften geholfen. Und ich fand mir sehr abgebildet, dass wir durchgehen können, dass ich durchgehen kann. Ja, kurz noch einmal eine Karte mit Matt Doyle, als hier ein junger Friedchen war es. Wahrscheinlich hat es so eine Zeit, wo die Rüte in Deutschland noch halten. Du fällst nicht glücklich, du sagst, dass du wenig Reises gelebt hast, und dann sagst du immer noch halb. Und worauf du dich dann weißt? Was ist so ein Klima von Matt Doyle? Ja, ich habe das hier, und ich habe immer Menschen, die so eine Hauptgeschichte gefragt. Ich sage mir, dass ich mit meinem Leben komme, dass ich mit meinem Leben komme. Und ich habe immer gesagt, dass ich heute sein kann, dass ich gerade sein kann. Und ich habe immer gesagt, dass ich heute nicht gerade sein kann. und ich habe immer gesagt, dass ich heute nicht wollte, ob ich gerade sein kann. Für mich war es so sehr schwer. Es schmeckt mir ganz weich. Es ist sehr, wie der offene Gott gefällt. Ich habe immer gesagt, dass ich ganz gerade sein kann, dass ein Mensch begonnen kann. Und du wirst nicht genug für sein. Aber ich will jedem aufmerken, dass Gott nicht genug ist. Und ich habe immer gesagt, dass Gott nicht genug ist. Und wenn wir dort wissen, dass Jesus Christus für uns sterben ist, dann habe ich einen deutschen Frieden gehört. Ja, Leina, die hat sich schon gesagt, dass er das im Moment besorgt hat. Und das hat sie dann erklärt, dass er das Ritual hat. Was hat sie erklärt? Ja, es gefällt mir, dass ich mich erreicht habe. Dass ich mich vorstelle, dass ich mich schenkt habe. Dass ich mich nicht mehr ankommen kann. Dass ich mich nicht mehr ankommen will. Und dass ich mich nicht mehr ankommen will. Dass ich mich ankommen will. Und mir gefällt mir so, dass ich mich nicht mehr ankommen will. Woher will die Menschen, die gesagt haben, dass er sich begrenzt hat oder ob sie dort ankommen will, dass sie eine Erinnerung ist. Wie passiert das? Ich habe vorhin gesagt, dass ich mir zu Hause gesagt habe. Und wenn ich die ganze Zeit kam, dann habe ich mich nicht mehr anpacken. Ich kann meinen Menschen, wie das passiert. Ich kann meinen Menschen, aber nur das hatte ich nicht mehr ankommen. Okay, und du fragst dann nur halb, solltest du jemanden an, der wird die Ritual und nicht nur ein Kampfeuer bringen. Aber erstens, ich will die Lichter im Leben durchgehen, aber dadurch, dass du dich nicht halb kriegst, wird sie auch nicht durch die Ritual, und dadurch, dass du dir noch ein Zentrum an, ein Kampfeuer. So, und von der auch, was du ermutigst, dass die Zentrum, die Kamin, und durchgegangen sind, werdet du, wo du dann zum Glauben kommst, oder wie soll euer zum Glauben gekommen? Und jetzt, warum du klarst, dass die Tveuertfälle sind, dass ich nicht die Hand bin, dass ich mich empfiehlt habe, dass ich mich in der Zeit bin, was ich nicht in der Zentrum, wo ich in der Klaser von hier bin, dass ich nicht in der Zeit habe, dass ich mich nicht mehr erlange, dass ich mich empfiehlt habe, dass ich mich, und ich will, Frieden und Frieden an meinen Hord. Ich bin einfach sehr dankbar. Ich bin einfach an der Lauf. Ich bin einfach eine große Fried. Du bist dankbar, dass der Herr das vierte Jahr in dem Zentrum gekommen ist. Ja, sehr dankbar. Ich freue mich, dass das vierte Jahr wieder der Hoffnung von Gott können. Ja, wir sind immer gerade das ganze Bild. Du hast einen Fernplan. Die wollen taublich dem Leben durchgehen und durch sein Hauptkriegen. Aber Gott hat verschiedene die mit Meierfeld. Die drei Monate im Zentrum Lusimi Camino. Und sie langt das so, dass sie durch werden. Hier könnt ihr alles losloten, dass sie ihnen die Hand gebracht haben. Da war ich, dass sie wirklich fehlten. Hier könnt ihr hinloten, hier könnt ihr vergeben. Seid ihr dankbar dafür? Ja, ich bin sehr dankbar. Und ich war in jedem und ich sagte, ich habe in jedem vergeben. Ich freue mich und für mich ist jeder voll und vergeben. Und was sagt die Ritter, Veli? Ja, ich freue mich, dass sie auch Gott, die Ehre und Hör uns nach so lang auf Geduld gejert und dass wir uns haben können, dass sie sich dankbar für. Ich freue mich, dass sie auch teuer. Und wenn ihr von dem treten könnt, dann könnt ihr nicht anders sein, dass Gott auf das bloß Gott jemand macht. Ja, du sagst, sehr dankbar für dass sie uns das vierte Haufen und noch einmal bei uns erst dass wir keine Differenz hören können. Du vertalst, ist auch eine besondere Erfahrung, was ihr dann in Quarktemok im Zentrum gemerkt habt. Ich habe meine Gedanken, dass Gott vielleicht in Quarktemok hören wollte, dass sie noch ein halb sein können. Was soll uns da einmal vertalst? Okay, du hast eine stört wieder dazu. Der Typ, den ich gesehen habe, der zwei Mann am 7. Deo, du musst acht Nachten danach absenden und du abholst, was du schlippst. Und ich werde nach zwei langs ich habe den Jungen angebracht, der war 16 Jahre alt und er hat Menschen angebracht. So er wurde murdered. Und wenn er nach kam, dann schrieg der Jungen und hatte eine große Angst. Und mir scheint sehr schwierig, weil ich war danach mit mir sein. Ich wollte dich abholen, weil ich mit dem er könne ich nicht durch sprach. Und wenn ich bin, Gott soll mich erholfen, dass er nach wird. Dann du soll abholen von dich. Dann wird dann alle schlippig und dann fängt nach und fängt an. Dann gehe ich an. Dann Ich bliebe und sage, dass ich auch ein paar mit mir töten. Ich leere meine Hand, auf den sie schäuert. Und seht Gott, wie am reiht, wenn wir ankommen. da. Das war so, ich habe das gleich angeschrieben, was er verlangt. Dann fragte ich mich, was sie zu tun. Dann sah ich noch einmal auf Spanisch, dass Gott ist immer reiht, wann wir noch kommen. Dann vertelte ich mich mit meiner und fragte ich mich, wo sie eine große name. Dann sagte ich, dass die schlug hier sind. Dann packte mich und die throne . Und habe mich sehr arm. Dann lädt mich los. Dann sagte ich, dass ich eine schlug ansehen. Dann habe ich wieder schön geschlug und es ganz ruhig geblieben. Ich sage, singe mit dem Jungen und Frieden mit den Jungen haben. Ich dachte bloß noch um die Geschichte von Josef. Er war im Gefängnis geschmitten. Er hat ihn erreicht. Segen sein für dich in Gefängnis. Hier ist es das. Er kommt aus dem Sender. Aber hat Frieden gefunden. Er hat jemand, ein Mensch, eure Früchte gehalten. Er hat ihr gehalten. Er hat ihr gehalten. Er kriegt Frieden. Er kam ein junger Einheimischer Jungen zum Glauben. Er hat Frieden und ruhig schlupen können und du kannst ihn immer durch halten. Ja, dort wird für mich sehr große Träuze was ich tun dort. Das andere gehört ist dort. Geht nach welches Wort wo ihr wut leichen mit von reden aufschliegen? Ich habe ein Bibelfahrer wo ich leiche Mathe dele. Räume a fiefer schweier in fiefen saß. Stundhof seine bietet unseren Charakter ab und dort wirkt ein uns hüb min. Hüb min lad uns nicht to schon boahre. Wils anst euch den Helden Jes die anst je 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 es. Gott wie leif an unsere harte je gute es. Dort wie mir immer so wichtig. Dort wenn wir den Helden Jes jester ho dann haf Gott anst den angegut und anst den Brücken luht und das echte auto steuert dann verspricht jester ich wird von nie wieder vor am lebe und vor am schofen du sein wird verlangt für mich als wir uns selbst nicht helfen können sterbe Christus für unsere Gott los hat er reichte tith so dass wir haben ein trost dass Christus wird der reichte tith gesterben ich fahle mich so ich wird der reichte tith von sin auf gesterben preis dem her er meint das so gut mit uns menschen er lade sich von dem fein der haben von ganzen horten segen seien die bibel hast du noch ein paar danken ich fahle mich besfräu glücklich ich bezei in jeder uns wo ich mord merke ruts scho für wann schware lebe hast du hast trost fing und ich freu mich das lebe wie ja von der seien mord gelie von der fo je te k a ke p p p p par k k de k k k k k k v k k k k k k k k Karte wird vermattet und die vertelt es erst. Diener vor und durch. 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 Diener vor und durch.